Mitten in der Nacht und ich kann nicht pennen. Vollmond. Na, da heißt es jetzt Zeit aufzustehen. Wetter. Spitze. Outfit-Check. Jetzt machen wir die Gegend unsicher. Heute ist es mal ohne dich. Morgen wieder. Wer bist denn du? Es ist doch, es ist doch. Absolut. Beste Platz. Das nächste Techno-Live-Set. Boah, Leute. Ich habe das neue Live-Set aufgenommen. Denkt zum Video in der Bio. Vielen Dank, lieber Stein, dass ich dich nutzen durfte. Jetzt haben wir uns aber eine kleine Abkühlung verdient, oder? PS. Richtig gut.